Heyo, heyo. Frühjahrsputz bei Flughörnchen. Nun ist es bald so weit, Jakari. Bald ist nichts mehr da, dann haben wir all unsere Vorräte aufgebraucht. Aber das ist kein Grund zur Sorge, denn es ist Frühling und unsere Mutter Erde wird wieder neue Gaben hervorbringen. Und Frühjahrsputz kann man auch machen. Ganz genau, Jakari. All die Felle müssen gegerbt und die Tongefäße gereinigt werden. Darum kümmerst du dich, ja? Ich weiß, Schüsse und Putzen klingt nicht nach Heldenkarten, Jakari. Das, wozu deine Mutter dich da anhält, ist genauso wichtig wie die Jagd oder Fischfang für das Leben unseres Stammes. Mach ich, Mutter. Ich such nur schnell kleiner Donner. Ohne ihn werde ich es nicht schaffen, das alles zum Fluss zu schleppen. Das sind doch die müffeligen Vorratsfeste vom letzten Jahr. Die habe ich eben weggehoffen und du schleppst sie gleich wieder an? Dieses Feste muss gründlich sauber gemacht werden und du wirst es erst wieder im Herbst mit Vorräten vollstellen, wie sich das gehört. Geht das schon wieder los? Das sind alles Vorräte aus dem letzten Jahr, die müssen raus. Die können wir gut für den nächsten Winter brauchen. Man darf doch nichts verschwenden. Die nächsten Winter? Das ist doch jetzt schon alles ungenießbar. Sieh zu, dass der Krabbel hier verschwindet und wagt es nicht, uns noch mehr unnützes Zeugs anzuschleppen. Guten Tag, Flughörnchen. Hallo, ich bin's, Jakari. Geht es euch gut? Ach, Jakari, das trifft sich gut. Macht man jetzt Frühjahrsputz oder sammelt man Vorräte? Kannst du das dem da mal erklären? Na, Frühjahrsputz. Deine Frau hat recht. Sammelt ihr eure Vorräte nicht im Herbst, wie es alle anderen Flughörnchen tun? Eigentlich schon, aber man kann ja nie wischen. Also fange ich lieber jetzt schon an. Nachher hat man nicht genug. Du brauchst keine Angst zu haben. Sicher habt ihr genug, denn zur rechten Zeit gibt uns Mutter Erde alles, was wir brauchen, um uns zu ernähren. Es bringt nichts, wenn wir unnütze Dinge anhäufen. Das ist ziemlich viel Arbeit, Jakari. Ich werde einen Quarzstein nehmen, um die Bisonfälle abzuschaben. Aber zuerst baue ich mir einen Rahmen, um sie straff aufzuspannen. Das Säubern und Entharren geht dann bestimmt viel schneller ab. Schon wieder ein Loch? Das nähe ich schnell zu. Was? Hey, wo sind die ganzen Sachen hin? Ich hätte dich gewarnt. Ich will solchen Krander hier nicht mehr sehen. Verschwinde von hier und such dir gefälligst ein anderes Nest. Ich muss Jakari finden. Das ist das Revier von Flughörnchen. Es wäre nicht das erste Mal, dass er sich Sachen von uns nimmt. Jakari, sieh mal. Hey! Ich hab dich gesehen, Flughörnchen. Hast du mich gerufen, Jakari? Oh, du bist da? Ja, natürlich. Ich habe dich gesucht. Aber wenn du da bist, wer steckt dann wohl unter dem Topf? Meine Frau hat mich rausgeworfen. Du musst mir ganz dringend helfen, Jakari. Auf dich wird sie sicher hören. Bitte, rede mit ihr. Das geht jetzt nicht, Flughörnchen. Jemand hat mir all meine Sachen weggenommen. Wenn du mir jetzt nicht hilfst, werde ich den Wald verlassen müssen. Ja, na gut. Ich rede mit ihr. Doch danach muss ich den hinterhältigen Dieb finden, der mit all meinen Sachen verschwunden ist. Schneller, Jakari. Ich habe lauter Schnickschnack beim Nest gefunden und jetzt glaubt meine Frau, dass ich das gesammelt hätte. Aber das war ich nicht. Bestimmt können wir die Geschichte klären. Glaubst du? Hier, Jakari. In dem Baum ist das Nest. Genau wie mit den anderen Sachen. Sie hat alles runtergeworfen. Ja, nur leider gehören mir diese Sachen. Dieser Quarz und die Schüssel. Wie kommt das hierher? Ich war das nicht. Bitte glaub mir. Wenn das so ist, finden wir raus, wer diesen Unsinn angestellt hat. Sieh mal einer an. Unser Dieb hat also Krallen, mit denen er auf Bäume raufklettert. Hier angekommen steckt er seine Pfote in die Baumhöhle. Ungefähr so. Was ist denn das? Kannst du da nicht auffassen? Entschuldigung, ich wollte euch nicht stören. Wirklich nicht. Nein. Und die hat sich doch gesagt, du sollst von hier verschwinden. Aber nun will ich endlich wissen, wer das angestellt hat. Na, nur ein Fuchs? Ja, aber nicht irgendeiner. Ich bin nämlich ein Graufuchs. Nichts passiert, kleiner Mensch. Du hast eine komische Art, Bäume runterzuklettern. Du aber auch. Also du hast mir die Sachen stibitzt und sie dann bei den Flughörnchen verstaut? Ich wollte, dass du das Flughörnchen für einen Dieb hältst. Warum denn das? Ich wollte ihm eine Lektion damit erteilen, denn er hat letztes Jahr im Herbst beim Vorräte-Sammeln fast nichts übrig gelassen für die anderen. Ach so. Seinetwegen, dann ziehe ich eben aus. Dieser Baum ist nicht groß genug für uns beide. Dann suche ich mir eben jetzt ein Nest nur für mich. Siehst du, wo deine Streiche hinführen? Ich hätte da schon längst ausziehen sollen. Was will das Flughörnchen mit diesem geradezu lächerlich großen Beutel? Es kann nicht einmal mehr von Ast zu Ast fliegen. Ich werde es schon noch schaffen. Flughörnchen! Lass doch den Beutel los, Flughörnchen. Mit dem wirst du niemals fliegen können. Flughörnchen! Jakari! Kleiner Donner! Sei vorsichtig, kleiner Donner. Du musst vom Feuer weggehen. Jakari, sieh doch da! Ganz oben! Was macht er da nur? Flieg, Flughörnchen! Du musst sofort von dem Baum weg! Lass endlich diesen Beutel fallen. Beeil dich! Er ist verrückt. Dann werde ich ihn retten. Ich werde hier hinaufklettern. Auf der Seite brennt es noch nicht. Aber dafür brauche ich deine Hilfe, kleiner Donner. Oh nein, Jakari! Das ist zu gefährlich! Oh oh! Pass auf! Jakari! Oh nein, du armer Du! Vergiss endlich den Beutel, du verrückter, kleiner Dickkopf! Meine Schätze! Oh nein, mein schöner Beutel! Flieg endlich! Worauf wartest du? Aber Jakari, wir Flughörnchen fliegen doch gar nicht. Wir gleiten immer nur von Ast zu Ast. Und Äste gibt es ja gar keine mehr. Was soll ich bloß machen? Na ja, zum nächsten Baum kann ich auch nicht mehr gleiten. Die sind alle viel zu weit weg. Wir retten dich! Ich bitte dich von Herzen, Jakari! Er kann nicht springen, dafür ist er viel zu hoch. Du hast alles versucht, Jakari. Mehr kannst du nicht für ihn tun. Und du bist viel zu schwer, um darauf zu klettern. Aber sonst wird er gleich ersticken. Grau Fuchs, von uns allen bist du der Einzige, der ihm jetzt noch helfen kann. Na gut, Jakari, ich werde es tun. Ich werde meine Schätze nie wieder sehen. Und nie wieder werde ich sehen, wie die Nüsse an den Bäumen reifen. Ach, hätte ich doch nie mein gemütliches Nest verlassen. Bist du langsam mal fertig? Es wird allmählich zu warm. Ja, aber wie kommen wir hier runter? Ich kann nicht klettern. Ich habe viel zu viel Angst. Und es gibt keine Äste mehr. Na komm. Und halt dich gut fest. Ich werde dir jetzt zeigen, wie ein Graufuchs seinen Baum herunterklettert. Was ist das denn für eine komische Art, so einen riesigen Baum runterzuklettern? Ich habe Angst. Das hast du toll gemacht, Grau Fuchs. Was für ein Glück, dass keinem von uns irgendwas passiert ist. Du bist aber eben sehr mutig gewesen. Ich hatte ja ganz schlimme Angst um dich. Ich danke dir, Grau Fuchs. Du bist wirklich ungeheuer mutig. Kleiner Donner und ich... Wie? Wo ist Kleiner Donner? Hier ist Wasser, Jakari. Damit das Feuer nicht wieder ausbricht. Danke, Kleiner Donner. Aber zum Glück besteht jetzt keine Gefahr mehr. Bringen wir alles ins Dorf. Der Stamm kann das Wasser sicher gut gebrauchen. Wir haben immer noch nicht, weil wir alles ins Dorf. Wir haben noch nicht geplant. Bis zum Glück. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020